Sehr geehrter Graf von Faber-Castell, sehr geehrte Familie von Faber-Castell, sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Festgäste. Das weithin bekannte Familienunternehmen Faber-Castell hat Erfolgsgeschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, geschrieben. Wohl fast jeder hierzulande hat schon einmal ein Produkt aus ihrem Hause in den Händen gehalten. Weltweit stehen ihre Schreibgeräte und das entsprechende Zubehör für deutsche Markenqualität. Ein Vierteljahrtausend-Firmengeschichte, wahrlich ein Grund zum Feiern. Herzlichen Glückwunsch zu diesem malerischen Jubiläum. Damit aber nicht genug. Auch Sie persönlich, lieber Graf von Faber-Castell, haben erst kürzlich einen besonderen Ehrentag gefeiert. Ich gratuliere Ihnen nachträglich, aber nicht minder herzlich zum 70. Geburtstag. Seit sage und schreibe acht Generationen ist Faber-Castell in Familienbesitz. Das Traditionshaus hat zahlreiche Zeitenwänden gemeistert. Es war ein Wegbereiter des Markenschutzes in Deutschland. Stets vertraute es dem Leitspruch, ich zitiere, gewöhnliche Dinge außergewöhnlich gut zu machen. Ungewöhnlich war auch die Unternehmensphilosophie, Ökonomie und Ethik als zwei Seiten derselben Medaille anzusehen. Und zwar lange, bevor der Begriff der sozialen Marktwirtschaft geprägt wurde. Lange bevor das Ziel der Nachhaltigkeit in aller Munde war. Und noch viel länger vor der jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Bedeutung verantwortungsvollen Wirtschaftens deutlich unterstrichen hat. Auch heute geht Ihr Unternehmen mit gutem Beispiel voran. Mit Ihrer Sozialkarta verpflichten Sie sich, in Ihren Werken weltweit die Standards der internationalen Arbeitsorganisation einzuhalten. Ihre Projekte zur Rohstoffgewinnung und für umweltfreundliche Fertigung stehen für gelebte Nachhaltigkeit. Sie schützen in Ihren Forsten, Fauna und Flora und helfen so, biologische Vielfalt zu bewahren. Ich kann Sie alle nur ermutigen, diesen Kurs beizubehalten. Denn offensichtlich ist es ein auf Dauer angelegter Erfolgskurs. Ihr Jubiläum gibt Ihnen einen schönen Anlass, auf erreichtes Stolz zurückzublicken und daraus Zuversicht für neue Aufgaben zu schöpfen. So wünsche ich Ihnen ein schönes Fest und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.